Gut, und jetzt Beheilung. Nicht übernehmen. Ah, da. Ach so. Das ist nur der Raketenwerfer. Judith, ähm, da ist noch ein Auto, da ist noch eine Waffe. Aua, 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 aua. Tschüss. Komm mal ab. Und reiße alle Zäune mit. Leck mich am Arsch, du Scheißschnei- äh, Schneibschnütze. Auf jeden Fall, Schneibschnütze. Scharfschütze meinte ich. Ich reiße alle Zäune mit, weil es mir grad so viel Spaß macht. Ja, genau. Und ich dachte, eine Palme könnte man auch noch mitreißen. Ich zerlege hier das halbe Auto, aber auch egal. Wow. Tschüss. Lalala, lalala. Wow. Hehehe. Wuh. Oh, fuck you, Alter. Das ist nicht gut, das ist gar nicht gut. Absolut nicht gut. Sehr destruktiv. Weißt du was? Immer eine Abkürzung. So geht's auch. Tja, wir könnten's halt. Was sollen wir eigentlich hier machen, wenn ich mal fragen darf? So drüben ist da was? Hier ist keine Waffe. Auch gut. Gut gemacht, Malo. Ich hab jetzt alles. Du siehst das Schiff jetzt auf deiner taktischen Karte. Was für ne taktische Karte. Wir müssen hier noch weiter tunen und du musst das Schiff finden, Malo. Und kein Druck. Naja, bin bereit. Ähm, könnt ihr mir mal den Wegpunkt anzeigen, Leute? Ah, da. Wow, da geht's dann. Ach ne, warte mal. Warte mal. Hier waren doch mal irgendwo Kisten, die ich anschießen konnte. Damit das... Da. Jupp. Hab ich grad getan. Uh. So, das wird jetzt Kake werden. Oder auch nicht. Cool. Japp, seh ich genauso. Danke. Boah, leck mich. Oh, haha. Lalalala. Wow. Fahr mit dem Ding kann ich mal so gut wie gar nicht. Alter, wie viele Schiffe gibt's denn hier? Gereizte Schiffswüste. Habe ich da grad welche gehört? Ja. Hi. Entschuldigung. 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 Boah, hab ich schon gehört. Da war ich also. In einem Schiff, das als verschollen galt. Und suchte etwas, das man besser vergessen hätte. Ich hatte meine Gründe. Hatten wir alle. Wir wollten heim. Dann fand ich es. Und alles änderte sich. Äh, ja. Haha, ne. Ähm. Ja, wie komme ich jetzt hier weiter? Ah, da lang. Ähm. So, einmal, zweimal, dreimal die Leiter hier hoch. Warum auch immer hier ne Leiter steht. Ähm. Okay, was siehst du? Marlo, du bist da still, alles klar. Na ja, diese Operation Aurora. Ich glaube, ich habe einen Teil davon gefunden. Lass, Lass, ja Baby, Lass, gib mir das Funkgerät. Okay, Preston, Sina, nein, nein, warte, ich schalte ein Quai dazu. Ja. Oh, offenbar wussten wir schon 1943, dass die Japaner Skalartechnologie nutzten. Diese Operation Aurora war ein Himmelfahrtskommando. Wir schickten die Jungs in den sicheren Tod. Alle. Wyatt, Faraday. Wyatt. Wussten Sie es? Ja. Sie wussten genau, wie viele Verluste es geben würde. Schätze, sie wollten wissen, was die Waffe kann. Wartet. Okay, probier diesen Code. Sierra Foxtrot 1079. Das ist ein Vorsatzcode des US-Militärs. Können wir mit unserer Befugnis aber nicht rauskriegen. Wie viele? Quer zu sagen. Sehe nur den einen. Nehmen Sie ihn und verschwinden Sie dann. Das Ganze ist zu heiß. Wir ziehen alle Mann ab. Verstanden. Wow. Das war's also. Das war die ursprüngliche ultimative Waffe. Und no one gets left behind. So weit sind wir schon gekommen. Das ist ja richtig cool. Von der Sicht gesehen. Umso besser. Manometer. Da wussten die doch glatt 1943, wie man eine Skala-Waffe baut. Und benutzt. Jetzt höre ich mit Sicherheit wieder mal die scheiß Waffe. Was ist das schon immer? Schon vergessen? Troja. Viel wegen der Braut. Ja, jetzt klar. Troja. Die Ilias. Das Buch aller Bücher. Was zählt ist, dass wir das Ding haben und schnell zu Acquire bringen müssen. Ja. Aber irgendwas an dem Kerl. Hast du an der Konsole was über ihn rausfinden können? Er ist ein Spion? Das macht keinen Sinn. Ach, was? Der Römer hat. Oh, was ist das? Ich muss den Vogel an. Komm schon. Falscher Zeitpunkt für Helfentank. Mach schon, Mann. Na los. Hab's denn? Ja, genau. Und wir springen mal eben aus dem Flugzeug. Hurra! Oder beziehungsweise aus dem... Hi. Ähm. Woohoo! Ah ja. Super. Wir haben natürlich... Keine Waffe, nein. Wir haben nur die Pistole. Ist klar. Fängt ja gut an, die neue Mission. Ja, und er lässt uns natürlich ein Paket da. Ist klar. Oh, das wird jetzt witzig werden. Oh, gucke. Gucke, 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 gucke. Ey. Wow. Habe ich ein Glück. Klo. Ach, nö. Wo, wo, wo? Oh. Uh. Schätze, das müssen wir allein schon. Dann mal an die Arbeit. Da kommen Männer durch die Bäume links von der Straße. Pass auf, links, links. Schätze, da kommt noch mehr. Sag mal, schießen kannst du aber auch nicht, ne? Habe ich genauso wenig. Auf jeden Fall. Aua. Scheiße, scheiße, die sind überall. Die versuchen das Haus zu stürmen. Genau, auf jeden Fall. Scheiß Raketenwerfer, Typi. Ja, haben sie. Und ich kann auch durch Holz schießen, du Vogel. Hättest du wohl gern. Geld? Ja, ja. Ich sehe keinen mehr. Ach, doch, da hinten. Ups. Sag mir nicht, ich habe tatsächlich einen, äh, Baum gefällt gerade. Ja, ach. Ach, du leck mich am Arsch. Denkst du? Ja, wie wäre es mal, wenn du... ...das Ding zerlegst? Ähm, könntest du mal bitte? Ja, hallo. Als ob ich das Ding erledigen könnte, du Vogel. Ich habe nicht mal ne... ...ich habe nicht mal einen Raketenwerfer, du Vogel. Ja, sehr schlau. So, wo haben wir denn einen Raketenwerfer? Jetzt reicht's mir aber. Jetzt reicht's mir aber. wenn du's... ...dass mir... ...dass mir coke... ...dass mir sandt... ...dass mir antibody... ...dass... ...dass... ...dass mir... ...dass mir programme... Aua. Ja, hallo. Ich wollte noch kein Hütchen werden. So, geht doch. Alter Vater. So. Ähm. Links nehmen wir die... Wo haben wir dich denn? Und rechts nehmen wir die... Wo haben wir dich? Wo haben wir dich? Wo haben wir dich? Da. Alter Verwalter. Und ich hab doch grad echt glatten... Bravo 2. Hier, Bravo 2, Axel. Hört ihr mich? Sarge? Sarge? Marlo ist bei mir. Wir sind beide okay. Ich wiederhole. Bravo 2. Hier, Bravo 2, Axel. Hört ihr mich? Sarge? Herrgott, warum ist das verfluchte Squad immer dann getrennt, wenn die Kacke so richtig am Dampfen ist? Tja. Wow. Du verstehst Marlo? Lass uns gehen. Ja, ja. Hi. Oh, hi. Da bist du doch. Bist du tot? Ja. Ach lol, die hatten selber Snips. Ja. Dann beeil dich mal bewegter Arsch, wenn du hier nicht verrecken willst. Manometer nochmal. Bye. Habt ihr den Kanister? Haben wir. Aber unser Pilot wurde geschnappt. Wir verschwinden nicht ohne ihn. Bravo 2. Ihr handelt unverantwortlich. Wir brauchen das Gemisch. Wir schicken ein Kind, das den Pilot rausholt. Das Gemisch? Woher wissen Sie, dass es ein Gemisch ist? Sagten Sie nicht, Sie wissen nicht, was auf dem Schiff war? Bravo 2. Bringt das Ding einfach her. Wir haben keine Zeit für diese. Wir lassen niemanden zurück. Scheiße. Ihr habt die Koordinaten und jetzt macht euren verdammten Job. Und was machen wir jetzt? Könnte jemand mal was sagen, Herrgott? Keine Ahnung, wie ihr das seht. Aber für mich wird es Zeit, einen scheißliberalen Piloten zu retten, der zufällig mein Freund ist. Und dieses eine Mal gebe ich dir recht. Ganz meine Meinung, Leute. Ganz meine Meinung. Ach du grüne Neune. Oh Gott. Das kann ja heiter werden. Wenn man sich das mal anguckt, da unten, wie viele da sind. Oh Gott. Ich werde es jetzt schon hassen. Warte mal, ist da unten? Nö. Nö. Leute, das machen wir bis zum nächsten Mal. Was ist denn das da hinten? Keine Ahnung. Das machen wir auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Also beim nächsten Mal. So rum. Und wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal. Have fun. Und ja. Viel Spaß beim Gucken. Euer Chatter67. Ich weiß nicht. Ja. Das macht mich. Bis zum nächsten Mal.